bitches zeit für planet x normal so wie dann die planet x da gab es eine ganze menge ufo aktivitäten im gamma sektor und diese die akademie hat ihre spuren zurückverfolgt nach planet x die urzor und metzormox kämpfen um die kontrolle über den planeten seit einiger zeit und gehen davon aus dass sie schiffe konstruieren und sie von einer unterlichen basis aus abfeuern commander hängt novas patrouille hat die alien schiffe innerhalb der planeten atmosphäre angegriffen und vielleicht ist jetzt der zeitpunkt gekommen um auf die oberfläche zu gehen und zu schauen was man rausfinden kann das wird eine knifflige mission aber der kampf zwischen den mocks können wir zu unserem vorteil ausnutzen erinnert sich daran dass die urzor und metzor sich gegenseitig mehr hassen als sie dich hassen muss keine angst davor haben für eine seite oder die andere zu kämpfen so lange ist die hälfte mehr an die basis anzukommen so ich gehe davon aus mit diesem level wird es massiven slowdown geben weil das halt an der oberfläche ist aber ich lasse mich gerne überraschen wenn kein slowdown kommt bin ich auch nicht böse das wäre sogar hervorragend nachdem eben das level so gut ging oh ja auf target what's your status over base the squadron's engaged with the enemy but i've taken a direct hit what's your damage sir the engine shaky but i'll be okay if it doesn't overheat uh-oh mayday mayday losing altitude commander you just keep that bird in the air we're sending so 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 Ja, das sind wir. In dieser Mission kann man sich erdenken. Und da wir jetzt ein paar Jahre weiter sind, werden wir direkt angeschossen. Ufos. Was ist los hier? Ich habe noch keine Waffe. Da liegt was. So, und wir haben einen Sci-Fi Handgun. Man hört schon die Musik, die kennt man. Und fette Laserwaffen am Start hier. Mal gucken, was noch zu finden. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Da hinten. Ja, man schießt mit Flummi, das ist ziemlich nice. Ist eigentlich eine ziemlich coole Waffe. Finde ich jedenfalls. Die meisten Leute, die ich kenne, mit denen ich das damals gespielt habe. Ich fand die total kacke. Aber ich mag die. Ich weiß nicht. Ne. Ja, schießt mich selber ab. Ich dachte, die hat noch ein Single-Fire, aber hat sie wohl gar nicht. Hat nur diesen Dreierschuss. Die haben komplett eigene Waffen. Das haben wir da. Ein Verpenpart. Da können wir uns in der Mission sogar eine Waffe zusammenbauen. Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber ich glaube, es war der Glitch halt durch den Boden. Eine Raketenwaffe oder so. Das läuft verdammt flüssig, muss ich sagen. So, jetzt wird geballert. Glaub ich. Muss ich jetzt die Gegner spawnen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es ist Jahre her. Da haben wir schon Raketen. Ah, jetzt ruckelt es ein bisschen. Aber das ist ja auch verständlich. Jetzt spawnt eine ganze Menge Zeug da vorne. Halt auf, um mich zu schießen. Ich tue euch doch gar nichts. Jetzt tue ich euch was. Es ist so schwer, mit der Scheiße zu zielen. Ja, gut, dass sie neben mir stehen. Kann man mir ruhig Feuer sagen. Haut ab. Mann, ich will das doch mit den Kanonen hier machen. Das ist viel einfacher, wenn nicht so viel Scheiß spawnen würde. Ich weiß nicht, ob man die Ufos abschießen muss. Ich glaube nicht. Äh, geht nicht. Gut, dann ballern wir hier halt so weg. Wenn es nicht anders geht. Eine Fresse, der Ding ist laut. Ihr hört das nicht so laut wie ich, aber ich krieg gerade überhaupt nichts mit hier. So. Ihr müsst euch vorstellen, so laut wie ihr das hört, und das mal sechs, beziehungsweise mal sechs zwei Drittel, weil ich höre das auf 100% Lautstärke und nehme mit 15% Lautstärke auf. Also mehr als sechsmal so laut wie ihr das hört. Das ballert ganz schön in den Ohren. Jetzt bin ich fast tot. Wäre schön, wenn man irgendwie eine Rüstung oder sowas kommt. So, hier. Plasma Auto Rifle. Interessante Waffe, muss man sagen. Man sieht unten diesen komischen Balken. Oh, fuck Bienen. Je länger man schießt, desto schneller schießt die. Wenn der Balken voll ist, überhitzt sie aber. So, deswegen sollten wir die erstmal nicht so verschwenden. Ich glaube aber, das Ding hier macht wesentlich mehr Schaden. Hier, die kann auch Granaten schießen. Ist vielleicht ganz praktisch jetzt gegen die Bienen. Ja, dann zerplatzen sie nämlich direkt mal alle. So, jetzt. Ja, sind sie alle tot. Wenn man so eine Sache vergisst, dass man die Bienen hier ganz einfach mit der Granate rausschalten kann, verballert man hier sinnfrei komplett die ganze Moni. Und ich glaube, die Mission werde ich bestimmt verkacken. Na, da haben wir schon unseren Homing Launcher fertig. Hm. Jetzt haben wir das UFO gefunden. Ich brauche mal ein Medikills. Aber die gibt es, glaube ich, in der Kampagne nicht. Also werde ich bald drauf gehen. Ja, Rüstung alleine hilft nicht viel. So, da sind so ein Geschütz vorne dran. Ja, da sehen wir die Geschütze schon im Einsatz. Gehen einfach mal auf das UFO rauf. Jetzt müssen wir natürlich das Zeug da wegballern. Ich glaube, die Kanonen schießen da auch mit raus. Ja, die Kanonen zerficken die Dinger mit. Das war das, was da in dem Text stand, dass man sich ruhig mit einer Seite verbünden kann. Und dann lassen wir jetzt erstmal die ganzen Typen da kommen. Und wenn die alle tot sind, dann machen wir die Kanonen kaputt. Das ist einfach mal der einfachste Weg. Aber wenn die Kanonen nicht viel killen, sie machen immer ein bisschen Schaden. Woher kommt der denn her? Du kannst ja nicht einfach hier mitten auf dem UFO stehen. Das ist ein dicker Launcher. Der macht auch dick Schaden. Ja, wenn er mal trifft. So wie er hier. Der auch überhaupt nichts trifft anscheinend. Das war... Ich weiß, ich stand da... Ich bin zu blöd zum Reden. Ich stand da fast in ihm drin und er trifft mich nicht. Wo ist denn noch einer? Ich sehe keinen mehr. Klar. Na gut, wenn hier keiner mehr ist, dann schießen wir halt die Kanonen kaputt. Und so was ist natürlich eine richtig geile Aufgabe. Da hinten ist noch einer. Deswegen ging er hier nicht weiter. So. Was ist jetzt? Ne, jetzt spawnen noch mehr. Schön. Gut, dass ich die Kanonen schon gekillt habe. Noch mehr. Und meine Pistole ist fast alle. Ich will aber nicht das KQ-Eifel benutzen. Das kommt mir immer vor, als wenn das fast gar keinen Schaden macht. Ach, jetzt kommen ja die anderen noch raus. Oh, jetzt bin ich gleich wirklich tot. Ich habe keine Rüstung mehr. Ich will da rein. Schnell. Flupp. So, hier drin endet auf easy schon das Level. Auf normal geht es noch weiter. Leider. Was war denn lang? Hier. Wie wäre es mal mit einer Rüstung? Da wäre ich sehr dankbar für. Damit ich hier nicht abkratze. Aber das Spiel wird mir meinen Wunsch natürlich nicht gewähren. Hallo. Ich möchte bitte hier raus. Feind zu UFO Base. New objective. Na Gott. So, jetzt dürfen wir hier wieder raus. Und jetzt ist es garantiert alles voll Feinde. Aber noch nicht. Ausgezeichnet. Von dahinten sind wir gekommen. Wo muss ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Aber ich würde fast sagen, hier hinten. Eventuell. Irgendwo. Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Muss ich da jetzt drinnen bleiben? Das müssen wir jetzt genau machen. F1 zu UFO Base. Aber von hier drinnen aus weiter, das wäre auch komisch. Warum ist das hier kaputt? Da muss es doch hier weitergehen. Ich gucke einfach nochmal durch das Terminal. Jetzt müsste ich ja hier ein bisschen Ruhe haben. Okay, das ist ganz woanders. Das ist auch woanders. Da ist ein UFO. Hm. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Sagt ja mal, braucht kein Schwein was. Einfach so, ja. Such mal die UFO Base. Such sie einfach. Na gut. Gehen wir erstmal hier an die Kante. Vielleicht sieht man von hier was. Vielleicht müssen wir hier runterjumpen. Nein. Ist das Wasser? Keine Ahnung, was das ist. Sieht aus wie Wasser, aber könnte auch Schleim sein. Da hinten sehen wir schon irgendein anderer Planeten. Auf den wir aber nicht kommen werden. Hier gibt es irgendwie nur den einen Weg. Muss ich jetzt zurücklaufen, ja? Sieht auch absolut nichts hier. Ich gehe ja mal davon aus, dass man nur hier am Rand irgendwo weiterkommt. Und wenn hier am Rand nichts ist, dann muss ich wohl zurück. Na gut, dann gehen wir halt zurück. Aber ich habe genug Zeit verschwendet, damit hier wieder zu gucken. Alter, da drüben. Geht ja klar drüben weiter. Nö. Na gut, wir gehen zurück. Ich weiß zwar nicht, was da jetzt passiert ist, dass man irgendwo anders lang kann, aber... Wir werden es ja sehen. Dann gehen wir hier unten lang. Wir sind welche bei diesen komischen Bienendingern wieder. Das ist ja schön. Dann müssen wir jetzt gleich wieder zu den Kanonen kommen. Und dann weiß ich mal nicht, wo ich lang muss. Nice, nice, nice. Naja, einmal noch ein bisschen Pistole. Noch ein bisschen. Was ist denn los hier? Ich weiß... Das kann doch nicht so schwer zu sehen sein, wo man hin muss. Ob ich die komplett behindert. Gucken wir mal, ob ich noch irgendwo... Das liegt rüstungsmäßig oder so. Nein. Bip, 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 bip. Ja, weiter kann ich auch nicht zurück. Das ist doch... Das ist doch richtig scheiße hier. Ich muss auch noch was anderes aufnehmen nachher. Ich dachte nicht, dass das jetzt hier so lange dauert. Ich habe doch nicht so viel Zeit. Guck mal hier, ob es hier irgendwo außen weitergeht. Das ist der Weg, wo wir waren. Ich erinnere mich auch noch daran, dass wir damals, auch beim ersten Mal, als wir das gespielt haben, ewig gesucht haben. Bis wir den Weg gefunden haben. Was ist das denn hier? Nicht gerade hübsch, aber egal. Wenn ich das nicht gleich finde, dann schaue ich mir das einfach mal auf YouTube an. Kann ja nicht sein. Hallo, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ist eine ganz schön gut versteckte UFO-Basis, oder? So, ich gucke jetzt nochmal von hier oben. Vielleicht sieht man da ein bisschen besser was. Ich kann einfach mal ein komisches Ding jetzt benutzen, was mir einfach mal gar nichts anzeigt. Awesome. Naja gut, wir laufen einfach mal hier mit nochmal ein bisschen rum. Denn sollte ich eigentlich sehen, wenn es hier irgendwo in der Seite reingeht. Da hinten ist irgendwas. Ja, das hilft mir trotzdem nicht weiter, ich komme hier irgendwo durch. Das sieht doch nicht so aus, als wenn wir jetzt die Tatsache irgendwas übersehen haben. Weil mir keinen wirklichen Weg anzeigt. Nö, dann muss es ja irgendwo ein Stück weiter vorne sein. Das ist ja ganz ehrlich, das ist ja richtig dreist hier, dass man da überhaupt nichts findet. Gut, wir gehen hier wieder zurück. Warum nicht? Ich komme mir gerade so verarscht vor. Da liegt noch Pistolen-Munition. Na gut, ich würde sagen, ich kate jetzt mal kurz und suche das Offscreen, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe es gefunden. Ich glaube, das hätte kein Schwein entdeckt. So wirklich von euch, die jetzt hier sehen. Aber wir gehen hier drinnen weiter. Hier, ja, wer achtet denn auf sowas? Na gut, ich sage mal so, es ist gut versteckt. Das sieht aus, wenn es hier weitergeht. Vielleicht gibt es hier drüben noch eine Rüstung. Ich mag Rüstung. Ich mag Rüstung, gib mir Rüstung. Boom, Headshot. Ah, Fummi, Star. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Ah, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Töten. Schnell, Rüstung. Ich habe das dumme Gefühl, als wenn ich hier sterbe, wenn das komische Zeitportal offen ist. Ich würde es jetzt schon fast callen. Aber sobald das Portal aufgeht und ich reinrennen will, sterbe ich. Weil ich einfach mal so wenig Leben noch habe. Raketen. Ich mag die Homing Rockets nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist zwar eine super starke Waffe, aber ich kann die nicht ab. Ich glaube, die kann man sogar in Dreier-Butzen schießen. Was total sinnlos ist, weil eine Rakete davon alles tötet. Ja gut, das sieht aus, wenn die sich da drinnen prügeln, dann lassen wir die erstmal. Helfen wir dem Blauen da so ein bisschen, weil von den Roten mehr da ist. Ja, von den Roten sind ziemlich viele hier. Da oben rechts sehen wir auch die Kamera, durch die wir geguckt haben. Raketen. Fress sie. Ja, ein bisschen Slowdown hier. Aber ich denke, das ist erträglich. Ich weiß nicht, warum Sibirien so einen krassen Slowdown hatte. In dem Level passiert auch nicht so viel. Hier hat man diese riesigen Skyboxen. Und nahezu gar keinen Slowdown. Ja, ich brauche eine Waffe. Was wollt ihr denn von mir? Ich habe euch doch voll geholfen. Ja, ich habe hier die ganze Zeit die roten Typen abgeschlachtet. Es schießt von der Hände schon. Ja, Lappen. So, und ich bräuchte mehr Pistolen-Money. Aber so wie es aussieht, sind die alle auf Plasmagewehre umgestiegen. Juhu. Weil ich das so mag. Ruckel, ruckel, ruckel. Große Kanone. Ja. Boom. Große Kanone. Sieht nicht wirklich gefährlich aus. Jetzt möchte ich runter. Na schön. Ich hoffe, ich bin richtig gesprungen. Nicht, dass wir jetzt irgendwo am Start von der Welt sind. Das finde ich ein bisschen gay. Aber es sieht dann aus, weil hier so echt still ist gerade. Sag mir nicht, ich bin jetzt wirklich zum Anfang von... Ich bin Tatsache zum Anfang. Was ist das denn für eine Scheiße? Wer baut denn so einen Weg ein? Ah. Warum sollte man da zurückspringen wollen? Spiel. Ich fühle mich gerade noch mehr verarscht als vorher. Jetzt weiß ich immerhin, wo ich hin muss. Das ist schon mal ein kleiner Trost. Trotzdem ist es verarsche. Ich weiß noch nicht, was das hier sein soll. Wahrscheinlich der Bienenstock von den Teilen, aber... Der ist verdammt hässlich. Ich finde es auch gut, dass die Waffen hier so schweben, dass man im Prinzip keine Hände hat. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Hey, reingeworbt. Das haben wir jetzt ausgeschaltet. Also das hier. Ja, das sind keine Gegner mehr zu sehen. Es wäre schön, wenn keine mehr kommen. Aber das wird mir der... Denen gefallen wird mir das Spiel nicht tun. Das wird mich wahrscheinlich noch mit Gegnern bombardieren, dass ich sterbe. Aber ich glaube, das Level hat immerhin kein Boss. Keinen Boss. Da kommen wir nicht hoch. Da lag noch... Lass mal den... Da ist eine Kanone. Da unten gab es die Rüstung, soweit ich mich erinnere. Slow down. Wo muss ich denn sonst hin? Das geht doch noch hier runter. Kann ich das sprengen? Hervorragend! So ein riesiger Raketenwerfer sprengt eine von den fünf Scheiben. Natürlich. Da geht's rein. Nur wie? Muss ich jetzt aufsprengen? Schauen wir mal. Nö. Sexy. Wie komme ich denn da rein? Ein Kacklevel. Obwohl ich die Musik mag. Tö-tö-tö-tö-tö. Ach, hier geht's auch lang. Das ist ja gut zu wissen. einfach mal so komplett random noch mal ein dunkler weg am rand in kein schwein sieht ja mensch ich höre bienen ich höre immer noch bienen gucken ob die jetzt alle tot sind ich höre zumindest keine bienen mehr gut ich habe jetzt auch keine granaten mehr das wäre blöd wenn jetzt noch mehr kommen rüstung ignorieren ignorieren was ist das denn ja mensch wenn ihr böse sei dann spreng ich euch halt sind wir jetzt hier ich habe keine ahnung wo wir gerade hinlaufen aber wenn der weg ist dann gehen wir mal lang was ist das denn kommt mir überhaupt nicht bekannt vor shoot down the escaping ufos ufos wie mache ich das wie töte ich ufos aber die krassen kanonen war mal ufos hallo wo sind die ufos da ja die kanonen sind anscheinend sehr stark weil die raketen von dem anderen turd vorhin haben gar nichts abgezogen an den ufos der ding braucht nur einen schuss hier ja gut dann mal was 1 verfehlt scheit egal ufos wo seid ihr voll spannend vor allem weil das stundenlang dauert bis die nächsten kommen das ist ja gut spiel ich habe doch jetzt genug ufos abgeschossen noch mehr so jetzt haben alle ufos zerfickt jetzt geht das ding auf door unlocked was passiert wenn ich hier runter fahre wo komme ich denn dann was ist das denn für ein ach da ich wollte gerade sagen was ist das denn für ein sinnloser fahrstuhl oder der weg war nur versperrt ja der ist sogar ziemlich gut der fahrstuhl aber genau da wo wir hinwollen find the ufos da geht es nicht lange geht es nur hier dann das haben wir auch gesehen den kameras alles kaputt machen da ist die kamera sogar da oben da müsste jetzt theoretisch bald noch die dritte kamera kommen die wir gesehen hatten die müsse hier irgendwo sein da oben sind typen die sind ja total nervig platziert ich habe immer auch nicht den timesplitter gefunden gut hier ist ein timesplitter drin also wird hier wahrscheinlich auch der kristall irgendwo sein holy shit hier explodiert crap überall ja da sieht man das sind timesplitters sie können sich unsichtbar machen schießen mit blitzen aus ihrem arsch und wir sind generell ziemlich nervtötende wesen das ist das portal ich habe die mission überlebt ja hätte ich nicht gedacht dass ich überlebe aber das lief ganz gut am ende da war ja fast gar nichts mehr bekommen ich habe mich nur am anfang sehr dumm angestellt und wird das erroren nein bis jetzt sieht es nicht aus und und zwar mox wahnsinn die wollte ich ja schon immer mal haben so und dann beim nächsten mal geht es weiter 2019 neo tokyo eine meiner hassmission weil die so ein bisschen stealth mäßig ist habe ich früher nie gepackt ich denke mal ich werde diesmal packen mal gucken was kommt danach danach kommt wild west das ist mein ich glaube das ist somit mein lieblingslevel ja schon mal gucken danach kommt der atom smasher aztec ruin roboterfabrik raumstation naja wie dem auch so jetzt habe ich jetzt mal ein paar level gespoilert das heißt aber nicht dass ihr wisst um was es da geht na gut soll jetzt auch reichen das war jetzt fast eine stunde für die zwei level die ich gemacht habe wir sehen uns beim nächsten mal wieder in der tokyo ich bin wir wenn das war timesplitters es lief heute sogar flüssig yay bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss